Hallo, hier wieder eine Neuausgabe des 1-Minute-Stars. Heute mit Asad Schwarz. Hallo Asad. Hi, grüß dich. Hallo, ja, ich wurde ja oft nach dir gefragt und viele Leute wollten dich sehen. Welche Projekte sind denn von dir bekannt? Wofür kennt man dich? Och, das ist ja schon eine Weile her und geht natürlich auch weiter. Also jetzt komme ich gerade aus dem Studio von Key & Peele und das ist so eine American Comedy. Es sind zwei schwarze Comedians, die sind ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, ob wir das in Deutschland so gut hinkriegen, aber es macht riesig Spaß. Bestimmt. Und welche Projekte hast du sonst noch so? Es ist für Anime und es sind sehr, sehr, sehr viele ruhige Filme. Zum Beispiel? Kannst du ein paar Namen nennen? Das letzte, was richtig geil war, der Mann, der seine Autor kaufte. Okay. Das habe ich mit meiner Kollegin Sabine Falkenberg gemacht. Und Anime irgendwas? Hast du dann zwei, drei Namen vielleicht für uns? Da bin ich immer ganz schlecht und die Fans mögen es mir verzeihen. Ich glaube, gibt es Narogami? Ich bin mir nicht sicher. Äh, gut. Das war's schon wieder. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal bei der Albinutsdach.